Guten Tag und herzlich willkommen ihr Units da draußen. Wir sind mal wieder mit Minecraft unterwegs. So und ich muss mein Schwertchen hier auch mal wieder bereitstellen. So, äh, was haben wir denn heute vor? Ich hab gesagt, ähm, so ein großes Weizenfeld wäre nicht so fach, ne. So ein großes Weizenfeld und, äh, den Rest baue ich nur noch hier an. Also Karotten und, und, und Kartoffeln baue ich nur noch hier an. Und fürs Weizen suche ich mir natürlich einen, oder baue ich mir einen neuen Bauplatz. Also Abbauplatz, nicht Bauplatz, Bahnbauplatz. Jetzt geht mir schon langsam die Luft aus. Äh, ja, für das werde ich ein bisschen Erde brauen, ein bisschen schaufeln. Äh, meine Eimerchen habe ich dabei. Für den Notfall, Äxte braue ich jetzt nicht dringend. Die, äh, packe ich mal weg. Auch wenn ich sie jetzt nicht brauche. Ist ja wurscht. So, was brauche ich denn noch? Schwarzeiche könnte ich eigentlich dann auch noch wegpacken. Eisen muss ich mir dann noch mitnehmen. Ei, 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 alle zu viel zu tun. Huch, Zombiefleisch nicht unbedingt hier rumliegen lassen. Das gammelt immer so schön vor sich hin. Das fängt das Stinken an. Näh, das wollen wir nicht in unserer Bude haben. Nee, 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 nee. Deswegen, äh, packt man das in eine duftsichere, also in eine geruchssichere Kiste, die das einfach absorbiert, da wo kein Gestank hier rausziehen kann. Weil das wäre schon ein bisschen ekelhaft, wenn man andauernd diesen modrigen Zombie-Geruch hier in der Nase hat. Deswegen packt man das auch safe weg. Huch, das war Eichenholz, nicht Erde. Okay. Habe ich aus Versehen Eichenholz da reingepackt. Ich muss mich an das, äh, definitiv an das Ressource-Pack erstmal gewöhnen. Da kann ich nicht so einfach sagen, das ist das und das. Nee, nee, muss ich immer brav die Namen lesen. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas in die verkehrte Kiste räume und mir dann so denke, so, ähm, ich hatte doch noch, oder? Ja, und dann finde ich es nicht mehr. So, ich mach mir mal drei Schaufeln. Ich glaub, das ist eine gute Anzahl an Schaufeln, die wir hier bewerkstelligen dürfen. Eine Spitzhacke ist natürlich auch nicht so verkehrt. Und genügend Erde haben wir jetzt auch. Dann heben wir das so schnell wie möglich aus, das Ganze. Ich würde sagen, ein paar Meterchen lang machen wir das Ding schon. Zähnebreit dürfte auch reichen. Links und rechts ein Wasser. Joa, hört sich recht praktisch an. Also, recht, recht nah an allem. Hier muss ich auch noch einen Weg rüber basteln, hier zum Tactics Haus. Ja, 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 ja. Das wird so der Großbauer. Muss man ja fast sagen. Weil hier ja doch einiges bewerkstelligt wird. Alter, das ist schon ein ziemliches Loch hier. Da muss ich ja fast mit Cobblestone auch noch um die Ecke gehen. Ich wollte es ja hier rüber stellen. Oder? Da muss ich ja fast. Oder ich fange hier oben an. Also, so. Erstmal hier wegschaufeln. All etwas, was hier noch im Weg rumsteht. Erstmal Platz schaffen. Ich bin gerade am überlegen, wie weit läuft denn Wasser noch mal. Wartet mal. Das muss ich doch noch mal austesten. Nicht, dass das hier nicht funktioniert mit der Bewässerung. Nicht, dass ich dieses Mal wieder das Bauen anfange. Und ab der Hälfte merke, oh, scheiße. Das funktioniert so gar nicht. Ist ja blöd, ne? Also, zack. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs geht schon mal. So, das müssten acht sein. Ja, die Entfernung funktioniert. Die funktioniert. Einmal frei. Scheiße. Jetzt muss ich niesen auch noch. Bah. Also, die Entfernung funktioniert. Was war das jetzt? Das waren jetzt achte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben waren es. Achte wären hier. Achte können wir natürlich auch nochmal ausprobieren. Achte funktioniert nicht mehr. Also, brauchen wir sieben. Schon mal auf jeden Fall. So. Schön verräumtes Wasser. Also, hier, so ist die Bruchkante. Da ist schon mal klar. So, alles weg hier. So, wunderbar. Hier oben lasse ich dann das Wasser raus. Das ist schon mal klar. Also, dass das dann so rauskommt hier. Also, hier, so. Wird die Kante. So, jetzt, äh, ich wollte die Szene breit machen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Perfekt. Wie ausgemessen. Natürlich muss ich hier noch die Kanäle schaffen. Links und rechts. Damit das Wasser auch hier drin bleibt. So, erstmal wegschaufeln die Scheiße hier. So, dass es passt. Wie war es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jo, dann ist das perfekt. Dann muss ich hier nur Dinger reinmachen. Also, so eine Furche. Läuft eigentlich recht gut, ne? Läuft recht gut. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist meine Bruchkante. Wo sich dann das Wasser hier bricht. Wo ich dann auf jeden Fall eins weiter nach unten muss. Also, hier geht's dann nach unten. So. Natürlich muss ich hier wieder auffüllen. Ich glaube, ich mach das wirklich ewig weit hier. Ewig weit. Ich krieg eh einen Haufen Erde hier weg. Da brauch ich jetzt nicht wirklich noch Koppel holen, um das aufzufüllen. Mache ich alle meiner guten Marken Erde voll. Soll ja gute Konsistenz haben. Der ganze Boden soll ja alles passen. Also, von Grunde weg. Weil dann können sich die Sachen hier wunderschön verwurzeln. Ich find auch schon Samen, den ich dann gleich anpflanzen kann. Wenn ich denn nü soweit bin. Hier brauche ich so den Rahmen. Natürlich will ich wieder nicht hol bauen. Ist klar. Aus diversen Gründen. Will ich mir zwar gerade nicht erschließen. Aber aus diversen Gründen. Will ich natürlich wieder nicht hol bauen. Auch wenn ich die Hälfte wieder aushöhle. Wegen der ganzen Technik und so. Aber ich glaube, ich mach den Schalter nicht vorne. Mache ich irgendwo dann hinten. Und dann. Das wäre mir zu viel Aufwand, dass ich den Schalter dann vorne bei der Ausgabe dann irgendwo hin pflaster. Ne. Das muss dann nicht unbedingt sein. Weil, ja. Erstens brauche ich ewig viel Redstone. Ohne, dass es mir wirklich was bringt. Und zweitens. Habe ich da auch keine Lust drauf. Dass ich mich da wieder quer durch diesen ganzen Erdwallbuddel. Und hier dann die Elektrik irgendwie anschließe. Nö, nö, nö. Muss ja nicht sein. So. Mache ich mir hier schon mal so einen Rahmen. So einen Rahmen. Hey. Macht mir hier. Ich bin so blöd. Ich muss ja eh eins runter. Dann passt es doch so. So. Und natürlich immer die sieben im Auge behalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eine geht noch. Sieben. Das ist meine nächste Ebene. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier sind wir. Dann ist das die nächste Ebene. Mache ich auch gleich mal hier drüben. Hier drüben. Damit ich schon mal grob weiß, was Sache ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Boah, 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 boah. Das wird ein großes Feld. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Natürlich den ganzen Scheiß hier auch noch ausfüllen. Und natürlich irgendwann, wenn wir die Erde mal wieder übrig haben, wird da Natürlichkeit einziehen. Dass es so nach und nach schöner wird. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Einmal könnte man dann noch. Oh, also das wird schon gigantomanisch. Also nicht unbedingt wenig. So. Jetzt müssen wir das nur irgendwie anständig fertig bauen. Es wird schon wieder dunkel. Ich habe natürlich kein Bett dabei. Wieso denn auch? Ich glaube da oben steht ein Bett. Ja, da steht noch ein Bett oben. Perfekt. Man muss sich nie mal so weit laufen. Eine Werkbank haben wir hier auch noch. So, über die Teichrose hinweg. Weil ich treffe die Teichrose selber natürlich nicht. Ist klar, weil wäre ja sonst langweilig. So. Hier den Turm hoch in mein Wollhaus. So. Und hingelegt mit schöner Aussicht. Mit wunderschöner Aussicht. Dann können wir ja frisch und munter in den nächsten Tag starten. Und einfach mal Gas geben. Um das Feld hier auch wirklich fertig zu kriegen. Oder zumindest der Fertigstellung nahe zu treiben. Das wäre alles so eine schöne Option. Weil Weizen, um ehrlich zu sein. Ich hätte da schon gern um einiges mehr. Um einiges. Also deswegen mache ich ja den ganzen Käse hier. Zack, 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 zack. Wunderbar. Dann brauche ich die Ebene. Achso, dann kann ich mich eh da dran orientieren. Mache ich hier alles voll. Alles mal voll hier. Soweit die Siebenerei wieder mal geht. So. Was ich hier Erde mal wieder verkloppt. Wollte ich eigentlich in mein Sandabbaugebiet das ganze Zeug bringen. Aber klappt wohl nicht ganz so. So. Sieht soweit schon mal gut aus. Hm. Bin ich gespannt, ob ich das alles so hinbekomme, wie ich es hinbekommen will. So. Mit der ganzen Mechanik muss ich ja da nicht unbedingt gleich rumspielen. Da könnte ich dann schon mal das Zeug wachsen lassen in dem Moment oder in dem in dem Zeitraum, wo ich halt dann ähm das eigentlich schon mal erstelle. Also wo ich dann die Technik dahinter produziere, kann ich ja dann schon mal äh das Feld wachsen lassen. Ich bin heute irgendwie nicht so gesprächig. Es tut mir leid. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht wieso. Ich komme mir so vor. Ich bin voll in Labalaune. Aber irgendwie meh kommt da nicht viel. Ist irgendwie blöd. Ne. Irgendwie schon. Und es sollte eigentlich nicht so sein. Es tut mir leid. Ich gelobe Besserung. So. Hier muss ich ja dann wieder tiefer kommen. Damit das Wasser hier auch abfließt. Jetzt muss ich hier noch eine Ebene Erde reinziehen. So. Haut schon gut hin. Aber ich habe doch einiges an Erde jetzt gebraucht. Hätte ich doch vielleicht auf Koppel umsteigen sollen. Weil Erde brauche ich definitiv hier. Und ja jetzt verdonnere ich die hier so. Ich kann auch frühzeitig abbrechen. Wenn man sagt. Jetzt habe ich hier einiges an Feldern. Ich habe jetzt hier 10 mal 10. Ich habe hier 10 mal 10. Äh ne. 10 mal 7. Also 70. 140. 210. Habe ich hier schon mal. Also 210 Weizen auf 1 Streich. Ist einiges. Also kann man nicht meckern. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist so die nächste Ebene. Aber hier brauche ich schon mal um einiges weniger Erde. Das ist schon mal gut. Na halt. Ich kotze gleich. Die scheiß Blumen hier. Naja. So viel weniger Erde brauche ich dann auch wieder nicht. Ich hoffe die reichen noch. Weil ich wüsste nicht mehr wo ich noch welche holen könnte. Das wäre blöd. So. Blümchen kann weg. Ich introdube es mal. Okay. So.